In den, nach, zu oder auf den. Moment bitte, ich komme gerade nach Hause. Gehe in den dritten Stock hinauf. Zu meiner Wohnung. Moment bitte, ich komme gerade nach Hause, gehe in den dritten Stock hinauf. Zu meiner Wohnung. Am, im, vor oder auf der. Ich wohne im dritten Stock. Mein Balkon liegt auf der Südseite und ist vor allem am Nachmittag sonnig. Ich wohne im dritten Stock. Mein Balkon liegt auf der Südseite und ist vor allem am Nachmittag sonnig. Bin, habe, warst, dass oder darüber. Ich habe mich darüber gewundert, dass du pünktlich warst. Ich habe mich darüber gewundert, dass du pünktlich warst. Ich habe mich darüber aufgeregt, dass du wieder zu spät bist. Deine, deine, zu, zum, nichts. Ich brauche deine Hilfe, aber du brauchst es nicht jetzt zu tun. Ich brauche deine Hilfe, aber du brauchst es nicht jetzt zu tun. Lagt, liegt, lügt, legt, auf, am, den, dem. Er legt das Handy auf den Tisch, dann liegt das Handy auf dem Tisch. Steht, stellt, steckt, steckt, stiehlt, in, im, den, die. Er steckt das Geld in die Tasche. Dann die Tasche in die Jacke. Bleiben, geblieben, werden oder am. Am Wochenende werden wir zu Hause bleiben. Am Wochenende werden wir zu Hause bleiben. Wird, wurde, werden und ab. Setzen wir ein. Ab Montag wird das Wetter wärmer werden. Setzen wir ein. Es hat mich gefreut, dir geholfen zu haben. Hatte, ist, erinnert, vergessen oder eingefallen. Plötzlich ist mir eingefallen, was ich vergessen hatte. Plötzlich ist mir eingefallen, was ich vergessen hatte. Setzen wir ein. Es freut mich, dir helfen zu können. Es freut mich, dir helfen zu können. Wie kann man es anders sagen? Ankommen, erreichen. Helfen, unterstützen. Bekommen, erhalten. Brauchen, benötigen. Kaufen, erwerben. Hatte, hätte, war, wäre, gewesen, gekommen, gehabt oder beschäftigt. Ich wäre gerne gekommen, war aber total beschäftigt. Hatte, hätte, war, wäre, gewesen, geworden, gehabt oder besucht. Ich hätte euch gerne besucht, hatte aber keine Zeit gehabt. Ich hätte euch gerne besucht, hatte aber keine Zeit gehabt. Gekommen, ist, hat, wieder oder wieder. Ist er eigentlich heute pünktlich gekommen? Nein, wieder zu spät. Kann, werden, ist und gemacht. Ist es möglich? Ja, das kann aber leider jetzt nicht gemacht werden. Kann gemacht werden, ist Passiv mit Modalverb, Passivpräsens. Wird, wurde, werden und am. Am Mittwoch wird das Wetter besser werden. Am Mittwoch wird das Wetter besser werden. Wird werden ist Futur. Wird, wird, wird schreiben und geschrieben. Wird dieses Wort so oder so geschrieben? So wird es geschrieben. So wird es geschrieben. Wird geschrieben ist Passiv. Nach, im, zu, seinen. Er fliegt im Winter zu seinen Freunden nach Thailand. Thailand. Eilt mit deiner oder dich? Ich. Beeile dich bitte mit deiner Arbeit. Es eilt. Es eilt. Beeile dich bitte mit deiner Arbeit. Es eilt. Bei, ihrer, ihrem, ihrem, in oder bei. Sie bleibt im Sommer bei ihrer Oma und bei ihrem Opa. Bei, der, mich oder du. Warum störst du mich ständig bei der Arbeit? Warum störst du mich ständig bei der Arbeit? Werden, sind, zu oder sie. Sie sind noch zu Hause. Gleich werden sie losfahren. Sie sind noch zu Hause. Gleich werden sie losfahren. Dieses, von, aus oder ihr. Woher kommt ihr? Wir kommen aus Georgien. Kennst du dieses Land? Woher kommt ihr? Wir kommen aus Georgien. Kennst du dieses Land? In, von, in die und in der. Linda geht in die zweite Klasse, in der Stadtmitte, von Wien, in Österreich. Nach, im, zu oder in. Sie fliegt im Sommer zu ihrer Freundin nach Griechenland. Zur, mit, um und um. Ich gehe um 7.30 Uhr zur Schule und beginne um 8 Uhr mit dem Unterricht. Zu, auf, seine oder sich. Er konzentriert sich auf seine Arbeit. Er konzentriert sich auf seine Arbeit. Bei, bei, uns oder euch. Kann ich bitte bei, euch mitmachen? Bei, uns, klar. Zu, zu, dazu oder nichts. Er wurde dazu gezwungen, zu Hause, zu bleiben. Er wurde dazu gezwungen, zu Hause, zu bleiben. Er wurde dazu gezwungen, zu Hause zu bleiben. Zur, auf, ein oder einen. Auf dem Weg zur Arbeit traf ich einen Kollegen. Auf dem Weg zur Arbeit traf ich einen Kollegen. Bin oder habe. Bin weggerannt. Habe weggeworfen. Habe weggeworfen. Habe weggeschmissen. Habe weggenommen. Bin weggelaufen. Bin oder habe. Habe angezogen. Bin eingestiegen. Habe zerstört. Habe überholt. Habe überholt. Bin eingeschlafen. Bei, ihrer, ihrem oder in. Bin. Sie ist heute bei, ihrem Onkel und bei, ihrer Tante eingeladen. Sie ist heute bei, ihrem Onkel und bei, ihrer Tante eingeladen. 2, um. Die, ihr. Dirk aus.